Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute, heute bewerten wir mal das 100er Match von der Dream Army, ich habe es euch ja mal versprochen, wir haben uns das ja damals schon angeguckt, wo es ja noch im Aufbau war und ihr seht schon an der ganzen Karte, in dem paar Wochen hat sich eine Menge getan und jetzt können wir einfach mal hier rumgehen, ihr seht hier schon, hier ist alles richtig geil, die Geräte mit Beacons, so in diesem Märchenwalz der Einheit gehalten Leute, richtig geil. Hier sind noch die Owner und die Helfer, wie es aussieht, und ja, hier hinten ist nochmal was, wo ihr spenden könnt für dieses GS, finde ich eigentlich auch recht nice, Laub und so brauchen die auf jeden Fall, ihr könnt euch die Spendest ja gerne mal durchlisten, dann könnt euch das mal schon, auf jeden Fall, der Eingang ist schon mal eine 10 von 10 da, da müssen wir nichts mehr dran sagen. So, dann kommen wir auch schon mal direkt hier hin Leute, es ist einfach nur krass, was sie in den paar Wochen hier aufgebaut haben, wir gehen jetzt hier mal weiter, hier ist hier so diese kleine Höhle, okay, hier kommt später anscheinend noch was hin, und hier können wir jetzt weiter gehen. Oh, hier sind Truhen, ey, das ist ja richtig geil gestaltet worden, hier, über diese coolen Bäume Leute, richtig niceness. Digga, da ist wieder dieser Riese, hier ist so ein Riesenberg, also, hier kannst du dich echt schnell verlaufen, guck dich das mal, jetzt wäre das so eine, von Gomme, so eine Karte von Pixelbeestern gestaltet worden. Hier, ist nochmal so ein kleines Haus Leute, ist der Leuchtturm schon fertig, den sie da bauen würden, anscheinend noch nicht. Ja, wir bewerten auch nochmal das Ganze, wenn es fertig ist, ich wollte euch nun mal jetzt den Zwischenstand nochmal zeigen, dann gehen wir jetzt hier auch schon mal weiter, da unten kommt anscheinend noch ein kleiner Hafen oder sowas hin. So, gehen wir jetzt mal hier weiter, hier sind sie anscheinend noch nicht so weit, die haben ja schon mal markiert, wo die Bäume hinkommen anscheinend. Ach, du, heilige Mutter Gottes, Marias, Jesus im Himmel. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ähm, Leute, ich glaube dazu muss ich nichts mehr sagen, ja. Gut, hier oben ist noch überall viel freie Fläche, aber Leute, das ist absolut heftig, was die schon mal in der Mitte gebaut haben. Dieser Baum ist einfach absolut heftig, Leute. Er ist absolut heftig, da hinten geht es anscheinend noch weiter. Hier sind See, hier wurde sogar ein Seeungeheuer gebaut, Alter, nice. Richtig geil gemacht worden. Da hinten ist nochmal so eine kleine Höhle, Leute. Ich sehe jetzt nochmal so ein kleines Schiff. Kommen wir da, ja, wir kommen hier hinten sogar rüber. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die andere Seite, Leute. Da hinten, oh, cool, da hinten ist ein Kuchen. Ach, da hinten müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal umschauen. Was steht da? Achtung, Prokür. Ein Stomi, ah, da ein Stomi, den kenne ich noch. Ein Stomi. Falls du das siehst, Grüße gehen an dich raus. Absolut nice, was sie hier gebaut haben. Ich feiere diesen Märchen-Style echt ungemein, Leute. Richtig, richtig geil. Was bis jetzt hier schon wieder drauf gebaut wurde. Dann gehen wir jetzt hier auch mal weiter. Das Schiff, hätte man vielleicht noch ein bisschen was dran machen können. Weil das hat nicht unbedingt, das gefällt mir nicht unbedingt. Wirklich so dolle. Das soll jetzt No-Hit sein. Das sind halt ein paar Kleinigkeiten. Säge vielleicht nochmal neu machen oder so. Oder vielleicht nochmal da oben am Boss. Ja, euer 100er Merch. Der liebe Dream Army. Ah, wir müssen ja da hinten lang, Leute. Komplett GG. Wartet mehr. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich da hinten bin. Hallo, gebaut von... Ah, Lolo, okay. Sieht recht nice aus. Hier könnte man vielleicht... Hier fehlt noch irgendwas, finde ich. Aber trotzdem recht nice gebaut, muss ich wirklich sagen. Die denken halt wirklich an jedes Detail bei dem 100er Merch. Da hat Abga auch mal eine richtige Entscheidung getroffen. Hier steht zwar noch eine Kiste rum, aber die Bronze ist wahrscheinlich noch zum Bauen. Ja, ich weiß ja noch, wie das am Anfang aussagt. Hier nochmal die ganzen Dschummelbäume. Alter. Na, da in dem Bereich sind sie schon so halb fertig. Und hier... Ah, ne. Hier kommt jetzt so ein Dungeon oder sowas hin, richtig? Wir können ja mal da ganz kurz reingucken, ob da schon viel gebaut wurde. Anscheinend hier noch nicht so viel, aber die sind im Aufbau, Leute. Die sind im Aufbau. Auf jeden Fall nicht schlecht. Was ist hier hinten? Geöffnet von 8 bis 16 Uhr. Okay. Vielleicht irgendwie so ein kleiner Shop, so eine kleine Hobbit-Hülle oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Oh, da vorne ist noch ein Gefängnis. Hier ist nochmal sowas. Oh, da kommt anscheinend noch was Großes hin, Leute. Und hier ist nochmal ein extra Verlies. Oh, auch nicht schlecht. Oh, das sieht geil aus. Das mit dem Grün haben sie gut hinbekommen. Ist das ein Fluss? Ja, das soll so ein Fluss sein. Die haben sogar verschiedene grünen Töne genommen und die einfach untereinander gelegt. Finde ich geil. Und drüben ist richtiges Wasser. Leute, wir sind jetzt schon einmal rumgegangen. Das ging eigentlich recht schnell. Ich würde sagen, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Und wenn ihr wollt, dass wir das nochmal bewerten, wenn der Dream Army fertig ist, dann abonniert mich einfach und lasst ein Like da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.